Willkommen! Dieses Video liefert Ihnen Informationen zum BüroKaizen Profi-Programm von Jürgen Kurz, dem Experten für mehr Effizienz im Büro. Mit dem BüroKaizen Profi-Programm bringen Sie Ihren Arbeitsplatz dauerhaft in Ordnung. Zudem werden Sie die Büroeffizienz in Ihrem Team sowie in Ihrem Unternehmen spürbar steigern. Rufen Sie die Website auf. Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein, die Sie beim Kauf bekommen. Das Profi-Programm beinhaltet den Trainingskurs mit insgesamt 52 Trainingseinheiten. Woche für Woche bekommen Sie erprobte Impulse und Aufgaben. Sie können diese bis zum Eintreffen der nächsten Einheit an einem Zeitpunkt Ihrer Wahl bearbeiten. Es geht damit los, Ihren Arbeitsplatz von allem zu befreien, was nicht mehr gebraucht wird. Schritt für Schritt begleiten wir Sie dabei, Ihren Schreibtisch dauerhaft in Ordnung zu bringen. Sie bekommen praxiserprobte Tipps zu Themen wie Organisation von Projekten, wohin mit Unterlagen zum Lesen, wohin mit wichtigen Zetteln, wie funktioniert eine leistungsfähige Termin- und Aufgabenverwaltung, wie lässt sich der Posteingang optimieren, wie lassen sich die Ablagestrukturen in der EDV verbessern, wie lässt sich die Zusammenarbeit im Team stärken. Ein moderiertes Forum ermöglicht Austausch mit anderen Anwendern. Jürgen Kurz und Frank Michael Rommert moderieren den Kurs gemeinsam. Im Forum tauschen wir uns zu den Fragen und Problemen aus, die bei der Umsetzung auftauchen. Sie sind also nicht allein. Im Forum können Sie Ihre Fragen loswerden. Sie bekommen innerhalb weniger Stunden eine Antwort. Sie können auch auf Beiträge anderer Teilnehmer antworten. Fragen mit sehr persönlichem Charakter können Sie auch am Telefon klären. Jürgen Kurz ist mit seinem Team an Ihrer Seite und immer da, wenn Sie Unterstützung brauchen. Das Büro Kaizen Profi-Programm wurde von Jürgen Kurz und Frank Michael Rommert entwickelt. Jürgen Kurz ist Geschäftsführer der mehrfach ausgezeichneten Tempus GmbH. Er führt seit mehr als zehn Jahren Verbesserungsprojekte bei Firmen unterschiedlichster Branchen und Größenordnungen durch. Sein Buch, für immer aufgeräumt, schaffte es auf Anhieb auf Platz eins zahlreicher Bestsellerlisten. Etwa in der Financial Times Deutschland in der Rubrik Top Ten Wirtschaftsbücher Deutschland. Das Buch wurde von der führenden deutschen Wirtschaftsbuchhandlung im Internet managementbuch.de als Testsieger in der Kategorie Arbeitstechniken ausgezeichnet. Das Büro Kaizen Profi-Programm hat schon vielen Teilnehmern zu dauerhafter Ordnung und nachhaltigen Verbesserungen im Büro verholfen. Gerne unterstützen wir auch Sie.